Hallo meine Liebe, Roland, Demian hier. Heute erfährst du von mir, warum nette und liebe Frauen von Männern verlassen werden. Und ich höre das von den Frauen im Mann-Coaching immer wieder, dass sie einen tollen Mann kennengelernt haben und sich mit ihm eine Beziehung wünschen. Und was machen diese Frauen dann? Sie versuchen, den Mann glücklich zu machen. So nach dem Motto, wenn er glücklich ist, dann wird er mich lieben. Und wenn der Mann an ihnen nicht so viel Interesse zeigt, wie sie an ihm, dann überschütten sie den Mann mit Liebe und mit Gefühlen, weil sie sich dadurch erhoffen, dass der Mann entdeckt, was für eine wundervolle Frau sie ist. Und ich kann dieses Verhalten sehr gut verstehen. Denn es gibt ja nichts Schöneres, als einer Person, für die man etwas empfindet, seine Gefühle offen zu zeigen. Nur in diesem konkreten Fall kann der Schuss nach hinten losgehen. In diesem Fall verschwendest du nicht nur deine Energie, sondern du sorgst mit deinem Verhalten dafür, dass der Mann sich noch weiter von dir entfernt. Und was du stattdessen tun kannst, damit der Mann sich nicht von dir distanziert, damit er deinen Wert erkennt und mit dir zusammen sein will, das erfährst du in diesem Video. Darum schaust du bitte bis zum Ende an. Und wenn du denkst, dass du für die Gefühle eines Mannes verantwortlich bist, ist das eines der schlimmsten Dinge, die du in deinem Liebesleben machen kannst. Und ich kenne so viele Frauen, die sich den Kopf darüber zerbrechen, ob der Mann sich in ihrer Gegenwart gut fühlt, ob sie nicht irgendwie verletzt haben oder ob sie bei ihm irgendwie angeeckt haben. Und ich kann dieses Verhalten sehr gut verstehen. Nur leider zerstört es dein Liebesleben. Und genau deshalb mache ich dieses Video. Sei dir bewusst, du bist nicht dafür verantwortlich, ob sich der Mann gut fühlt. Es liegt einfach nicht in deiner Verantwortung. Und natürlich kannst du irgendwo dafür sorgen, dass der Mann glücklich und zufrieden ist, wenn du mit ihm zusammen bist. Und hoffentlich sorgt er auch gleichzeitig dafür, dass du glücklich, zufrieden und erfüllt bist. Aber du bist nicht für seine Gefühle im Allgemeinen verantwortlich. Und das gilt auch für die Liebe, die er für dich empfindet. Du bist nicht verantwortlich, ob dich ein Mann liebt. Also versuch das nicht zu verändern, denn es liegt nicht in deiner Verantwortung. Damit du besser verstehst, was ich meine, bekommst du nun ein Beispiel von mir, das ich sehr, sehr vielen Frauen gebe, die in meinem Coaching-Programm sind. Und ich bitte dich, gleich mitzumachen. Schließe dazu jetzt deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug, denn du begibst dich gleich auf ein imaginäres Date mit einem Mann. Also, wie gesagt, schließe deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug und atme wieder aus. So, und jetzt stell dir vor, du bist mit einem Mann auf einem Date und dieser Mann denkt, es wäre sein Job, dass du dich gut fühlst. Dieser Mann ist immer deiner Meinung. Er eckt nie an, weil er es dir einfach recht machen will. Er denkt, es wäre sein Job, dass du dich gut fühlst. Und der Mann sagt dann sowas wie, hey, ich hoffe, du fühlst dich wohl und ich hoffe, es geht dir gut. Ist es angemahm für dich hier zu sitzen? Denn eine so attraktive Frau wie du, die soll sich doch einfach wohlfühlen. Aber ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Natürlich siehst du gut aus, aber das soll jetzt keine Anmache werden. Du bist natürlich viel, viel mehr als dein Äußeres. Aber ich hoffe, das kam jetzt irgendwie nicht doof rüber. Hauptsache, du fühlst dich wohl, es geht dir gut und es ist dir jetzt nicht unangenehm. So, und nun kannst du deine Augen wieder öffnen. Wie war dieses imaginäre Date für dich? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin mir sicher, du fandest es schrecklich. Und wenn es dir so geht, wie den meisten Frauen, die ich kenne, dann warst du schon mal auf so einem oder ähnlichen Date, auch wenn ich etwas übertrieben habe. Ich bin mir sicher, du würdest dich zu so einem Typ Mann weder emotional noch körperlich hingezogen fühlen. Und genau so handelt ein Mann, wenn er denkt, dass es seine Verpflichtung ist, dass du dich gut fühlst, und er es dir immer recht machen will. Lass uns nun einen Blick auf dich werfen. Du fühlst dich sehr wahrscheinlich zu den Männern hingezogen, die selbstbewusst sind und mutig genug sind, ihre eigene Meinung zu haben und dir nicht immer zustimmen. Männer, die ihren Wert kennen und dir nicht immer alles recht machen wollen. Und viele Frauen, die sich bei mir melden, haben mindestens schon so einen Mann kennengelernt in ihrem Leben oder kennen einen Mann in ihrem Leben, der sie auf Händen tragen würde, der sich um sie bemüht, der immer dafür sorgen will, dass sie sich gut fühlen. Aber genau diesen Mann finden sie nicht attraktiv. Diese Frauen sagen dann immer, Ja, er ist zwar lieb und nett zu mir, aber irgendwie fühle ich mich nicht zu ihm hingezogen. Und dieser Mann könnte für sie allerhöchst sein Kumpel werden, aber bestimmt kein Liebhaber und noch weniger ein Lebenspartner. Das Kuriose an der Sache ist jedoch, dass genau diese Frauen sich den Männern gegenüber so verhalten, die sie toll finden. Und sie würden diese Männer regelrecht auf Händen tragen. Sie wollen diesen Männern alles recht machen. Sie bemühen sich um die Männer. Sie wollen, dass sich diese Männer gut fühlen, obwohl sie aus erster Hand wissen, dass es bei ihnen selbst nicht funktioniert. Und das habe ich in so vielen Gesprächen mit Frauen schon erlebt. Ich weiß von vielen Frauen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise auf Männer reagieren. Wenn sie einen Mann toll finden und er keine Gefühle für sie zeigt, dann werden diese Frauen unsicher. Sie fangen an, sich mehr um den Mann zu bemühen. Oder sie erzählen ihm, was sie alles in ihrem Leben erreicht haben. Oder sie bringen die körperliche Anziehung ins Spiel, um sein Interesse zu steigern. Aber das ist keine gute Idee. Jedoch ist es sehr einfach, in diese Falle zu tappen, vor allem dann, wenn du Gefühle für den Mann hast. Und niemand, absolut niemand, ist immun dagegen. Und ich sehe das bei so vielen intelligenten und tollen Frauen wie Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, Businessfrauen oder Managerinnen. Und es ist absolut verständlich, so zu handeln. Und selbst die klügsten Frauen fallen darauf rein, weil es sich hier um Emotionen handelt. Und diese nicht zu 100% durch Logik zu stoppen sind. Und diese Frauen fragen mich dann, was sie einem Mann schreiben sollen, damit sie seine Gefühle wecken oder damit er sie wieder kontaktiert. Sie schauen sich auch dann so YouTube-Videos an wie 5 Texte, die du einem Mann schreiben kannst, damit er sich in dich verliebt. Und hoffen dann, dass wie durch ein Wunder der Mann plötzlich verrückt nach ihnen wird. Und auch ich habe schon solche Videos gedreht. Aber ich habe aus etlichen Coachings erfahren, dass das nur sehr oberflächlich hilft und niemals langfristig. Oder die Frauen fragen mich im Coaching, wie kann ich es schaffen, den Mann wiederzutreffen, obwohl er sich nicht meldet und keine Anstalten macht, mich wiederzusehen. Oder wie kann ich sein Interesse wecken, damit wir uns wiedersehen. Und ich sage dann zu den Frauen, ich verstehe, dass du das machen willst. Aber das bringt zwei Probleme mit sich. Erstens, das wird den Mann noch mehr vertreiben, weil er nicht auf ein Podest stehen will, aber du ihn auf ein Podest stellst. Und zweitens, und das ist viel, viel wichtiger, warum willst du noch mehr Aufwand und Energie in einen Mann investieren, der nicht sieht, was für eine tolle Frau du bist. Gleichgültig, ob ihr euch erst seit kurzem kennt oder in einer Beziehung seid. Und was ich dir jetzt sage, sage ich nicht nur den Frauen, die mich um Rat fragen, sondern ich sage es auch dir jetzt ganz explizit. Wenn du einen Mann in deinem Leben hast, der dich nicht so behandelt, wie du dir das wünschst, stell dir folgende Frage. Ist das wirklich der Mann, um den du kämpfen willst? Und vielleicht wirst du feststellen, dass du etwas Besseres verdient hast. Sollte das der Fall sein, dann lade ich dich gerne zu einem kostenfreien Beratungsgespräch mit mir ein, in dem wir uns deine aktuelle Situation genau anschauen. Und dann sehen wir darüber hinaus weiter, wie ich dich mit meinem Coaching unterstützen kann. Und wenn du an diesem kostenfreien Beratungsgespräch Interesse hast, dann klicke jetzt auf den Link unterhalb dieses Videos oder auf diesem Banner hier oben und fülle den Fragebogen aus, auf den du weitergeleitet wirst. Zurück zum Thema. Je mehr du glaubst, dass du dafür verantwortlich bist, dass sich ein Mann bei dir gut fühlt, desto fauler wird der Mann. Ich meine, warum auch nicht? Du machst ja schließlich die ganze Arbeit. Die guten Männer werden dich dann verlassen, weil sie sich damit einfach nicht wohlfühlen. Und die schlechten Männer werden bei dir bleiben und sich immer mehr wie ein Kind benehmen. Und dann bist du in einer Falle gefangen. Je mehr du gibst, desto schlimmer wird alles und desto weniger Liebe wirst du empfangen. Sieh das mal so. Wenn ein Mann dich nicht so annehmen kann, wie du bist, wenn er sich nicht zu dir hingezogen fühlt oder dich nicht liebt, weil du so bist, wie du bist, dann ist er nicht der Richtige für dich. Natürlich gibst du dein Bestes. Aber wenn du mal was machst, dass er sich vielleicht nicht mehr zu dir hingezogen fühlt oder seine Liebe zu dir abnimmt, nur weil du treu zu dir selbst bist, dann darf er für sich entscheiden, ob er bleibt oder geht. Lieber verlierst du ihn, statt dass du dich selbst verlierst. Das bedeutet jetzt nicht, dass du die schlechteste Version deiner selbst sein sollst. Das ist keine Entschuldigung dafür. Wir alle haben die Aufgabe, uns in unserer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, zu wachsen und zu unserem Besten selbst zu werden. Schreibe dir bitte folgenden Satz auf einen Zettel. Lieber verliere ich den Mann als mich selbst. Und jedes Mal, wenn du dir bezüglich eines Mannes unsicher bist, dann stelle dir folgende Frage. Ist dieser Mann es wirklich wert, dass ich mich selbst für ihn verliere? Und bitte kümmere dich auch nicht um die Gefühle eines Mannes. Es liegt nicht in deiner Verantwortung, dass sich ein Mann immer gut fühlt. Und wenn du das beachtest, dann wird es dir auch viel leichter fallen, du selbst zu sein. Und dadurch wiederum wird sich der Mann in einer Beziehung mit dir auch wohler fühlen. Weil niemand ist gerne mit einem Menschen zusammen oder niemand will einen Menschen an seiner Seite haben, der das versucht, ihm immer recht zu machen. Und sollte ein Mann dich nicht so annehmen können, wie du bist, dann lass ihn einfach gehen. Und mir ist absolut klar, dass das, was ich hier sage, viel leichter gesagt als getan ist, weil vieles als Gewohnheit oder als Verhaltensmuster tief in einem verankert ist. Aber du kannst diese Muster und diese Gewohnheiten unterbrechen. Das haben schon unzählige Frauen vor dir geschafft. Und ich bin mir sicher, dass du das auch schaffen kannst. Und das ist, was ich dir von Herzen wünsche. Alles Liebe, dein Roland.